Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Überraschungsei Video. Heute wollen wir mal wieder eins aufmachen. So, hier ist das Gelbe vom Ei. Uuu, hups, so laut. Und es klappert überhaupt nicht. Dann wollen wir mal reinschauen und es ist, es ist. Ungewoll. Es ist aus der Natun-Serie, dieser Kindergarten, sag ich mal. Die kleinen Tiere. So, heißt der kleine Freunde FT-009. So sieht er aus. So, das war es mit diesem Video wieder. Ein kurzes, schnelles Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ihr könnt mir auch ein Abo da lassen. Ihr könnt auch mal bei Facebook vorbei schauen. Und ihr könnt auch mal bei meinem Zweitkanal vorbei schauen. So, ansonsten, ja, war es das jetzt erstmal mit diesem Video. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Töne. 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 Töne.